hallo leute da bin ich wieder und jetzt seht ihr mich gleich von anfang an gar nicht mehr weil ich mich jetzt wirklich dazu entschieden habe die facecam auszumachen es ist halt einfach wirklich zu hell heute hier bei mir in der hood und das macht keinen spaß ich meine wenn man die facecam dann eh nicht richtig erkennt dann bringt es halt nicht wirklich viel spaß ich will mal kurz gucken während dem die truppen gedroppt wurden wenn der eine inferno halt schon komplett leer ist ist die wahrscheinlichkeit natürlich auch da dass eventuell der zweite dann auch noch ja down gehen könnte beziehungsweise leer gehen könnte mal schauen vollkommen richtig hier vorsichtig lang getastet ran getastet an die base und dann geguckt was geht hier ab wo können wir loot ziehen ich denke mal der expo wird auch nicht mehr lange halten weil der andere hier ist auch schon leer da ist der entfernung noch an mal gucken ob der cpo viper star ihn noch leer bekommt man weiß ja nie aber anhand der truppen würde ich sagen nein ah ja wie gesagt helden zu ja zu vergiften ist eine sache die die wird nur sehr sehr schwer was also da den kann man sich leider sparen mit der queen von hier oben ok naja klar der hast ja halt noch irgendwo einen platz gesucht wurde halt noch ein bisschen was reißen wolltest schade dass nicht was mehr aber ganz ehrlich man muss auch dazu sagen deine truppen sind natürlich auch noch nicht so krass von daher ist das auch in ordnung das passt dann schon also man muss dann auch nicht immer rumschimpfen und sagen weil guck mal bei mir wie viel angriffe laufen da halt nicht so 100 prozent wie sie halt hätten laufen können ja da bin ich wieder und hier haben wir einen gegner wo ich jetzt einfach mich wirklich so ein bisschen frage warum macht man das halt guckt mal also bestes beispiel also hier kurz mal magiaturm auseinander genommen so jetzt ohne viel weitere truppen halt klar ein paar boogies können hier noch ran das hat ein bisschen schneller geht gucken wir jetzt mal ganz kurz wie viel lagerkapazität halt wirklich drin ist was wir halt wirklich bekommen wo ich mir dann sage okay das macht halt mit diesem dieser das normale farm halt so keinen sinn mehr dass man jetzt sagt okay man hat hier eine farm base zack so das waren 23.000 richtig oder 24.000 so und jetzt gucken wir natürlich wir wollen den bohrer und wir hätten gern den bohrer warum den nicht klar der ist nicht so weit ausgemaxt dass der halt interessant wäre gucken wir mal was wir hier eventuell sogar noch mit den kobolden reißen können weil die sollten ja noch ein bisschen schneller sein ja genau zack da haben wir doch schön zugeschlagen das ist nice so hier noch schön mit den barbs rein und dann mit dem bogies den nehmen wir uns auch noch mit aber nur weil wir hier halt gerade sind haha Und ihr seht es halt selber ihr seht es halt wirklich wie viel weniger das halt wirklich ist und jetzt probieren wir hier noch rein zu kommen ist natürlich schwierig mit dem magiaturm gucken wir mal ja genau er hat natürlich fallen hier aufgebaut klar so jetzt wollen wir aber doch mal sagen wir machen ernst hier wir haben natürlich kein Kein mauerbrecher am start das wäre natürlich echt eine geile nummer klar aber ist nun mal nicht da Oh ich habe ein bowler geschenkt bekommen war ja bowler läuft aber wie gesagt ihr wisst selber ich bin da noch nicht so ganz überzeugt von von dem bowlerchen Ah ne den kriege ich irgendwie nicht so ganz ja auch mit dem earthquake würde ich jetzt nicht wirklich was reißen können 24 wie Kriegen wir den irgendwie Ah ne 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 die gehen gleich entweder dahin oder dahin egal jetzt wir probieren es Hau mal ne ne den rage schaue ich jetzt nicht noch raus Ne 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 wenn dat nix wird lot dat nix Aber Dunkles mäßig war schon in ordnung guck mal 1200 Für die truppen die ich halt verwendet habe war das So ganz okay So jetzt gucken wir mal wieder Ob wir hier Wie ist die truppen müssen die truppen passen noch Und dann wollen wir natürlich weiter Gucken Hier haben wir von drunken deluxe Einen angriff Geht von unten rein riesen vorgesetzt einwandfrei die halten auch gut hier jetzt jetzt wird es hier langsam schwierig Da wäre halt noch einer gut auf jeden fall Ich würde auch wirklich noch mal riesen vorsitzen weil es ist halt noch nicht geschehen es sei denn du willst halt wirklich nur Ja du wolltest nur die die mini und sammler Okay also hier dann auch wieder nur mini und sammler Dann passt das natürlich klar Und du hast ja halt die zeit genommen hast du gesagt gut okay komm passt auf Ich will alles nach und nach Dann bestimmt hier von unten weil Das ist für mich vielleicht noch ein bisschen wichtiger als hier oben Wobei hier oben natürlich auch extremst nice ist aber du hast noch beide helden also von daher Ist da absolut gar kein risiko da kannst du ganz gechillt Deinen ganzen loot ziehen Und dann wirst du bestimmt von unten hier mit den helden langlaufen Oder halt Genau Jetzt haust du sogar noch ein queen walk raus Naja bloß ich meine guck mal wir haben ja auch noch was In den gold lagern drinnen so ist es ja jetzt mal nicht Also wenn man die lager noch bekommen kann da kann man natürlich noch mal so ein queen walk hinten ran setzen klar Aber warum rein rein hättest du nicht gebraucht einfach nur draußen langlaufen Weil crystal 1 denke ich mal wird es dir jetzt nicht so um die pokies gegangen sein Aber gut Nicht weiter wild 50 pokies Äh 50 pokies genau 50 prozent sind drinne jetzt natürlich dann Noch das rat aus und das war es dann glaube ich auch Zack Noch die zwei sterne mitgenommen hast noch mal den liga bonus mitgenommen passt Ist okay auf jeden fall 1,1 millionen Ja da hättet ihr halt Klar da wäre halt barge vollkommen ausreichend gewesen Oder willst du komplett rein gehen ne ich denke mal du willst auch nur Draußen so ein bisschen rum killen Und mal gucken was passiert Na obwohl das sieht dann doch schon nach drinnen und spaß haben aus Du hast ja auch noch den heal Mal gucken ja genau vollkommen richtig Riesen vollkommen im richtigen moment gehielt Eo magier killt den king Einwandfrei Gut gelaufen Und natürlich klar die lx lager das war halt auch schon echt gut Lx hier was da noch drin war Und jetzt natürlich schön der magiatom macht natürlich dann das sahne stück halt wirklich Und sagt sich halt hey also lx Soll natürlich schon weg gehen ne Sehr sehr geil Beer for the win auch nicht schlecht Geiler name 800k von kirill Auch so eine fiese aufstellung oder Also er weiß ich werde eventuell aufhören Ich will aber meine sammler nicht drinnen haben Sondern stelle halt mine und sammler einfach mal rein Sonst wäre es natürlich der Der typische barge angriff richtig schön zack und da muss man halt gucken aber ich meine die dev gebäude sind natürlich relativ low da Sollte man ohne probleme rein marschieren können Und da ist die erste mauer down so soll das sein Und guck mal was an bogies am start ist das heißt also hier gehen richtig schnell die minen down ihr seht's gerade selbst hier Hier ist richtig jahrmarkt auf jeden fall Der king kümmert sich erstmal schön um den minenwerfer und natürlich um den gegnerischen king der wird einfach mal ausgeknipst Ausgeknipst alter ausgeknipst So und da haben wir Die saison eröffnet würde ich sagen Die loot saison Auf jeden fall geiler loot und halt gut angestellt also nicht Und sogar noch man muss dazu sagen nicht die rage spells verballert sondern halt wirklich gesagt gut okay kommen das was ich brauche Das nehme ich und fertig Andere werden sagen ja das ist der standard ja aber es wurde halt gut gemacht darf man auf jeden fall mal erwähnen Ja ist halt wie gesagt Zehn dragos dann wiederum halt Das elixier was ich bekommen kann klar es sind nur zweier drachen aber Dann Ist es immer so eine sache Weil klar bei gold 2 gibt es nicht wirklich noch bonus Ja und schon ist das eine sache wenn man es sich durchrechnet ich meine du wirst nicht drauf gezahlt haben aber Na Hm Weiß ich nicht War also war nicht nicht wirklich das war mehr ein tanzen auf der stelle geht mir ja nicht anders ich will mich da nicht hochheben das wisst ihr selber Aber Ihr wisst glaube ich was ich meine hier nochmal schön gebatscht haue ich einfach mal Dreifach raus Äh vierfach von der geschwindigkeit Und ja wie gesagt da bin ich jetzt momentan auch dabei also wirklich um mich schön runterfallen lassen und was natürlich echt richtig richtig schöne sache ist Du wirst halt nicht gleich wieder angegriffen wenn du halt eben kurzzeitig mal offline bist Tja egal greift ich halt keine an auch mal drei stunden nicht also das passt schon das ist ziemlich nice Und hier barge ist halt wirklich kostengünstig ganz klar So ich glaube das war's hier haben wir noch eine vom leon mal gucken Hat der leon noch raushaut auch noch mal gebatscht hauen wir uns auch noch mal rein in den kopf Und Ja woran seid ihr gerade überhaupt am upgraden haut das mal raus was macht ihr von level so auf level so In welchem town hall seid ihr ihr macht das und das wird mich mal interessieren haut das einfach mal raus 5k de lx das ist natürlich nice Würde man gar nicht denken würde also wenn ich jetzt die base so sehen würde würde ich gar nicht denken dass das so extrem guter loot ist Vollkommen an der richtigen stelle meiner meinung nach reingegangen weil halt wirklich da gleich das dunkle geklärt wird dann kann man gleich sich mit der queen anlegen Dann ist die gleich weggefetzt Sag ich mal vorteil Für den apokalyptor Royal wie auch immer ist auf jeden fall der gegner hat keine in fernos drin Und die expos sind auch richtig low also von daher Ist das eine geile base die angegriffen werden muss auf jeden fall Ganz klare sache kann man sich den freeze sparen Richtig nice Riesen noch am start richtig fett riesen hier guckt mal wie die jetzt gleich die teslas unter Unter sich begraben ist okay dafür dann den freeze genommen okay passt ist okay Aber die jetzt glaube ich ich würde jetzt einfach mal so in den raum stellen den den freeze das dafür gar nicht gebraucht Aber wir sehen natürlich hier auch noch mal einzeln schaden also von daher Geht hier natürlich auch auf jeden fall noch mal was und jetzt wir wollen wir noch den hast sehen auf jeden fall Hast du in dem dem bereich vielleicht mal gucken mal gucken was wir hier so sehen werden Ich würde mal sagen hier so da wo ich die maus habe Hau den haste raus Hau ihn raus Hau den haste raus Hau den haste raus Ah ich glaube das wird nichts mehr hier mit dem haste Aber egal also mit dem geschwindigkeits zauber Aber Richtig richtig schön Den loot erst mal schön Genossen auf jeden fall Das soll es gewesen sein ich hoffe ihr hattet wieder einmal ein bisschen spaß damit und Wenn dem so ist wie gesagt kommentare videos kommt auf jeden fall wieder und Bogenchecks kommen auf jeden fall auch wieder so ein bisschen Und dann gucken wir mal was so bei dem 20k special dann zu sehen sein wird Ich hoffe es hat euch gefallen und ihr haut rein und wie gesagt ich bleibe coc treu keine sorge Ciao ciao